Was war das bitte nochmal? Was der wunderbare Falkenberg, ihr dem IC, ihr dem Frontmann von Sternenmeißen, namentlich Ralf Schmidt, hier in der Sprache unseres US-amerikanischen Hegemons auszudrücken beliebt, bedeutet Mikrofontest. Dies ist dem Titel vor den Kathedralen vorangestellt. Ein Titel, der der unseres US-amerikanischen Hegemons der CD Freiheit, ein Konzeptalbum. Hier bedient sich Falkenberg einer einfachen, klaren Sprache, um politische Einschätzungen an den Mann zu bringen. Ihr macht die Leichen, über die ihr geht. Ihr seht Angst und Untergang. Ihr zündet euch grinsend mit unserer Freiheit die Siegesziegern an. Vor den Kathedralen der unbegrenzten Macht stehen bunte Zelte wie Sonnen in der Nacht. Started in 1984. This is Marabou, especially for you. 2018 wählte er den komplizierten Weg, seine Botschaften zu publizieren. Ähnlich Martin Sonneborn, EU-Abgeordneter für die Satirepartei Die Partei. Wir wollen seinen Text auswerten, Kriegswirtschaft und Wirtschaftskrieg. Er wird zu einem Höhepunkt führen. Erstschlag, Zweitschlag, Letztpulverisierung durch Atom-Boom-Boom. Aber bis zum Atom-Boom-Boom ist es noch einige komplizierte Sätze hin. Von Wirtschaftskrieg und Kriegswirtschaft. Dem Ganzen ist ein Zitat vorweggestellt. Mein Führer, ich kann wieder gehen. Dr. Seltsam. Die EU hat die eigenen Bestände vollständig geleert, ihre Produktionskapazitäten ausgeschöpft und möchte nun, angeführt von einem ihrer Korruptions-Kaputniks, Tschechien, für 1,5 Milliarden Euro 800.000 Artilleriegranaten auf internationalen Restauranten und den undurchsichtigen Schattenmärkten Afrikas erwerben, ohne irgendjemandem auch nur ansatzweise zu verraten, wie, was, warum und von wem. Hat die EU zusammen mit ihrem Friedensauftrag jetzt auch die Mindeststandards für rechtskonformes Verwaltungshandeln ausgesetzt? Allein der Verdacht einer Anbahnung undurchsichtiger Geschäfte mit Waffenhändlern hätte zum geschlossenen Rücktritt der gesamten Kommission geführt. Bis vor kurzem jedenfalls. Deutschland mit dreistelligen Millionenbetrag dabei. Paar tausend Euro pro Bumsgranate, guter Preis. Jubelt die Süddeutsche Zeitung, die über diesen haarsträubenden Unsinn auch noch mit einem heiligen Ernst berichtet, als handelte es sich um die Wiederauferstehung des rechten Latschens Jesu Christi. Gleichzeitig ruft er in seiner napoleonisch gemeinten Lilliputaner-Ehre gekränkte Macron, den ohne dies unter erschwertem Kriegslebensbedingungen vor sich hin vegetierenden Durchschnittseuropäer mit düsterem Raunen dazu auf, nun ja kein Feigling zu sein und sich endlich dieser mit der Wucht eines ausgemusterten Lada auf ihn zurasenden Geschichte zu stellen. Ist es das, was man bekommt, wenn man sich einen welpenäugigen Schwiegersohn der Finanzmärkte zum Präsidenten macht? Dessen Hauptargument es seinerzeit doch noch gewesen war, diese seine böse Gegenkandidatin Le Pen, die Jüngere, würde das schöne Frankreichs Dante Pede in den nächstbesten Krieg führen? In Brüssel schließlich steht der Milliardär Thierry Breton gelernter Transmissionsriemen zwischen privatem Großkapital und öffentlicher Verwaltung sowie EU-Kommissar für alles, was man nämlich rechtzeitig aus den penibel manikürten Klauen schlägt. Unter gewohnt kryptischen Kürzeln nach EDIDP und ASAP, nun EDIP und EDIS, stellte das Kommissionsprogramm zur Umwandlung der unverdaulichen Reste der europäischen Ökonomie in eine Kriegswirtschaft vor. Und nun, dass dort geht! Zuschüsse, Darlehen, Steuerbefreiung in einer perspektivischen Größenordnung von 100 Milliarden Euro für den damit auf absehbare Zeit von jedem Verlustrisiko befreiten industriellen Rüstungskompetenz. Die Schwestern reißen auf, die Beben gehen tiefer, der kollektive Geist. Kraut auf seinem Kiefer. Die schamlosen Leben, Hämatome, Erosionen, schöner Wohnen hinter Mauern, Faktoren und Läsionen. Verjagt von den Straßen in die Zukunft, vertrieben aus den Tempeln der Schönheit, verbannt von den Stufen des Wissens, verloren für die Felder der Freiheit. Brot und Beton, entfernt an den Rand der Wunden, Brot und Beton, keine Sterne, keine Stunden. Lebensbilder fallen. Bevor sie trocken sind, an Kinderzimmerwänden, die Fenster werden blind. Menschen werden Schatten in der Ausweglosigkeit des registrierten Lebens, verloren in der Zeit. Verjagt von den Straßen in die Zukunft, vertrieben aus den Tempeln der Schönheit, verbannt von den Stufen des Wissens, verloren für die Felder der Freiheit. Brot und Beton, entfernt an den Rand der Wunden, Brot und Beton, keine Sterne, keine Stunden. Brot und Beton, entfernt an den Rand der Wunden, Brot und Beton, keine Sterne, keine Stunden. Die Trägerin des Friedensnobelpreises EU lehnt es seit nunmehr zwei Jahren rundheraus ab, die europäische Erfindung der Diplomatie zur Befriedung ihres eigenen Kontinents einzusetzen und zieht es stattdessen vor, sich mit einem Geld, das zu gleichen Teilen geliehen, Finanzmärkte, gestohlen, russisches Staatsvermögen und selbst gebastelt ist, EZB Kartoffeldruck, für denselben großen Konflikt zu rüsten, den aufzuhalten, sie sich gleichzeitig beharrlich weigert. Verschuldung, Militarisierung, Diebstahl, Schwarzmarktgeschäfte und Waffenhandel, rechenschaftslose Intransparenz, Kriegsfinanzierung und Kriegsvorbereitung zu einem ohrenbetäubenden vorwilhelminischen Kriegsgeschrei, eine solche EU mit Verlaub wurde in Europa niemals gegründet. Wirklich nicht, Herr Sonnebohm? Kriegswirtschaft also. Ziehen Sie da draußen sich sicherheitshalber schon mal warm an. Denn die historische Erfahrung zeigt, dass auf offene Proklamationen diesen Inhalts nicht selten Rohstoffrationierungen, Zwangsrequirierungen, Kirchenglocken, Autoreifen, Nutella-Reserven, semi-instruktive Handreichungen in Sütterlinschrift, spare Seife, aber wie? Und monochrome Essensmarken folgen. Ihrerseits womöglich gefolgt von einem unter der Bezeichnung Hungerwinter bekannten Zustand, der heutigen Lifestyle-Belizisten tränenaufrichtigen Selbstmitleids in die Augen treiben würde. Vergleiche Wikipedia, Seite 1946-47, FF. Zu Sanktionen. Die Zeit der Globalisierungsfeldzüge und neoliberalen Siegesparolen scheint endgültig vorbei. Nach Jahrzehnten des Kampfes für freien Welthandel und die Öffnung von Märkten kämpft die EU nun für das genaue Gegenteil, spätestens seit sie groß ins ganz große Sanktionsgeschäft eingestiegen ist. Da keines ihrer unter dem Einfluss grenzenloser Selbstüberschätzung verhängten 13 Sanktionspakete, die ihnen zuvor fälschlicherweise nachgesagte Wirkungen erzeugen konnte, hat die EU jüngst sogar das wirtschaftsethisch und juristisch vermiente Gelände der Sekundärsanktionen betreten. Vergleiche Google, die auf die extraterritoriale Geltenmachung eigener Rechtsakte zielen. In ihnen konzentriert sich alles, was der geopolitische Westen an prädemokratischem Dominanzgebaren und postkolonialem Unterwerfungswillen je unter einer euphemistischen Bezeichnung auf den Markt gebracht hat. EU-Wirken am Beispiel Ungarn. Einem Bericht der Financial Times zufolge hat der Rat im Januar einen vertraulichen Plan zur gezielten und absichtsvollen Destabilisierung von Wirtschaft und Währung des EU-Mitglieds Ungarn ausarbeiten lassen, um den Transfer von 51 Milliarden Euro an das Nicht-Mitglied Ukraine sicherzustellen. Die EU geht damit von der nach dem sogenannten Rechtsstaatsinstrument immerhin rechtmäßigen Einbehaltung von Geldern dazu über, sich die eigenen Mitgliedstaaten mit Mitteln des Wirtschaftskrieges und der astreinen Erpressung gewogen zu machen. Man muss kein Freund von Orban, Putin oder El Capone sein, um die Brisanz dieses Papiers und des ihm enthaltenen Denkmusters zu begreifen, mit dem die EU es sich letztlich zum Ziel setzt, das vertragsgemäße Veto-Recht eines Mitgliedstaates nicht durch ein demokratisch legitimiertes Verfahren oder die Anwendung einer Rechtsvorschrift, sondern durch klandestine Selbstjustiz auszuhebeln. Sollebond steht ja der Partei, die Partei vor. Was würde er tun? Sollte er machttechnisch zum Zuge kommen? Wir selbst halten es übrigens für einen durchaus ausbaufähigen Ansatz, einen EU-Mitglied mit seiner wirtschaftlichen Vernichtung zu drohen, um Geld für jemand anderen zu erpressen. Sobald wir an der Macht sind, werden wir umgehend einen Haufen Kohle vom europäischen Geldsack Luxemburg erpressen, für Brot, für die Welt. Oder von diesem französischen Käsestaat für all die über Jahrhunderte von ihm ausgebeuteten Gebiete, vor allem in Westafrika. Und falls die EU ihre ökonomische Selbstvernichtung wieder erwarten, überleben sollte, werden wir auch aus ihr endlich das Geld herauspressen, das sie ihren Bürgern seit Jahrzehnten vorenthält, um damit endlich den europaweiten Verfall aller Infrastrukturen und die beschämende EU-Armutsquote von rund 22 Prozent notdürftig zu reparieren. Aber zur Praxis der EU... Auch zur Beschlagnahme von Vermögenswerten der russischen Zentralbank ist die EU, wie man hört, aufs Wildeste entschlossen. Obwohl nicht nur die Notenbanken Deutschlands, Frankreichs und Italiens, sondern gar die EZB und EuroClear, jene Clearingstelle, die das Vermögen verwahrt, sie seit Wochen davor warnen. Gewaltige Risiken für die finanzielle Stabilität Europas, Auswirkungen auf die Märkte, unabsehbare rechtliche Folgen. Staatliche Vermögenswerte genießen nach internationalem Recht Immunität. Würde die EU dieses Prinzip handstreichartig unterlaufen, so wäre eine erhebliche Beeinträchtigung des Vertrauens die Folge in das EuroClear-System, in die europäischen Kapitalmärkte, in den Euro als Reservewährung selbst. So lief Mostray, die Geschäftsführerin von EuroClear. Und nochmal, wenn er mit seiner Partei zum Zuge kommt. Sobald wir an der Macht sind, werden wir das Vermögen von Pfizer, Rheinmetall, McDonalds und der Bild-Zeitung konfiszieren, um es endlich unter all denen zu verteilen, die von ihnen seit Lichtjahren geschädigt sind. Blackrock und Vanguard können ihr sogenanntes Eigentum dann natürlich ebenso vergessen, wie von der Leyen und Thierry Breton. Wir dürfen gespannt sein, in welcher Branche Rüstungskommissar Thierry Breton, der zeitlebens nichts anderes getan hat, als zwischen CEO-Stellen und politischen Posten hin und her zu pendeln, nach Ablauf seiner Kommissarszeit wieder auftauchen wird. Falls es ihm nicht gelingen sollte, die derzeitige Stelle von der Leyen zu ergattern, auf die er selbstredend ebenfalls reflektiert. Dem feinen Herren bringt er nicht die nötige Wertschätzung entgegen. Auch ihren neuen Rüstungsbeschaffungs-Slogan, Buy European, sollte die Kommission schleunigst in derselben Schublade verschwinden lassen, aus der sie ihn gezogen hat. Die europäischen Militärunternehmen, die von EU-Rüstungsgeldern profitieren, befinden sich nämlich ebenso im Miteigentum der großen Investmentfonds, wie ihre US-amerikanischen Pendants. BlackRock, Vanguard, Capital und so weiter besitzen clevererweise Anteile an EU-Rüstungsunternehmen und deren US-Konkurrenten zugleich. Dieses gemeinsame Eigentum, sogenanntes Common Ownership-Problem, schafft nicht nur Anreize für höhere Preise und geringere Produktion, sondern bringt bekanntermaßen Wettbewerbsverzerrung und das Risiko einer veritablen Trustbildung mit sich. In jedem anderen Wirtschaftssektor würde die Kommission ihre eigenen Wettbewerbsregeln mit Boxhandschuhen durchsetzen. Hier tat sie es nie. Umstellung auf Kriegswirtschaft Die teleologischen und interpretativen Verrenkungen, die die EU auf ihrem Weg vom Wirtschaftskrieg in die Kriegswirtschaft unternehmen muss, sind überraschungsfrei Legion. Alarmiert belehrt uns Gablers Wirtschaftslexikon, dass Kriegswirtschaften unter formaler Aufrechterhaltung des Marktes, dessen zentrale Mechanismen außer Kraft setzen, um sie durch ein auf militärische Zwecke ausgerichtetes Administrationssystem zu ersetzen. Tatsächlich standen jene Gründerväter, anders als die Töchter ihrer Söhne heute, noch unter dem unmittelbareren Eindruck der kontinentalen Verwüstung zweier Weltkriege. Wir dürfen getrost annehmen, dass die von der europäischen Kriegs- und Nachkriegsgeneration vielfach referenzierten Schlachtworte nie wieder Krieg von der tiefstmöglichen Überzeugung, nebst der festen Absicht getragenen Waren, nie wieder einem Wahnsinn verfallen zu wollen, der es auf verdrehte Weise vernünftig erscheinen lässt, Unsummen finanziellen und politischen Kapitals nicht dem Glück und Wohlergehen der Europäer, sondern dem todbringenden Geschäft mit letalem Gerät zu widmen. Und zum Schluss nochmal seine Erkenntnis, die nicht die meine ist. Die Europäische Union muss mit der Produktion einer neuen Waffengeneration beginnen, um auf dem Schlachtfeld zu siegen. Wenn wir nicht wüssten, dass der Weltgeist ohnehin schon in psychiatrischer Behandlung ist, würden wir ihn spätestens mit dieser dadaistischen Wollte einweisen lassen, denn eine objektive Vernunft, gar ein Europa- oder die Welt-durchwaltendes und ordnendes Prinzip, können wir beim allerbesten Wissen nicht mehr erkennen. Jedenfalls kein gutartiges mehr. Und vielleicht sind ja auch wir hier die allmählich wahnsinnig gewordenen, denn es würde uns tatsächlich schon genügen, wenn die verschlagenen Verwaltungsmonstren, die dem europäischen Gründungsgedanken entstiegen sind, sich an die Regeln ihrer eigenen Verträge hielten. Wir hätten nie gedacht, dass wir einmal in die unangenehme Lage geraten könnten, europäische Verträge zu verteidigen, denn wir haben genug und reichlich an ihnen auszusetzen. Aber dass wir sie auch noch gegen die, die würden verteidigen müssen, die doch zu ihrem Schutz bestellt sind, eine amtierende Europäische Kommission, mitsamt ihrer amtierenden Präsidentin, das wäre noch nicht einmal uns eingefallen. Nicht im farbenprächtigsten unserer Fieberträume. Denn, mit Verlaub, eine solche EU wurde in Europa niemals gegründet. Die Weltengeschichte kryptisch behandelt, Die Freiheit wurde zu Tode geschleift, die Vernunft mit Angst geblendet. Unser Marsch vor den Tribünen hat die Sinfonie des Friedens beendet. Versunken in rostiger Erde, das Skelett der Kriege mit all seinen Orden Und Seite an Seite Die Söhne der Söhne Vergessen im nächsten Morgen Letzte Erkenntnis Erstschlag, Zweitschlag, Letztpulverisierung durch Atombumm-Bumm Martin Sonneborn, Feigenberg, Atombumm-Bumm Ein Dossier Mit Schwung in eine neue Woche Montag, der 25. März 2024 It's both a pleasure and a privilege Morgen werden wir hören Schönen guten Morgen, Richard Guten Morgen, Markus Erregte Hörer haben mich angeschrieben, gestern war nicht drin unser Kanzler. Drum heute als Meldung 1 Nein, der Taurus ist noch nicht geliefert. Der Leo passt auf Trotzdem gilt, mein liebes kriegstüchtiges Publikum We are fighting a war against Russia and not against each other. Also eigentlich wie immer Es kann nicht sein, dass man, wenn man die Kontrolle haben will und es nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. ERA Heute berichtet das Handelsblatt Es gibt einen Durchbruch beim Kampfpanzer der Zukunft. Die Verteidigungsminister Deutschlands und Frankreichs verkündigen den Durchbruch. Gemeinsam will man einen modernen Kampfpanzer bauen. Boris Pistorius, SPD, erklärte sich am Freitag nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen KNDS, heißt der deutsch-französische Rüstungskonzern, Aufgebaut werden soll eine Ersatzteil- und Munitionsproduktion in der Ukraine. Eine MiG-31 hindert US-Bomber daran, sich der russischen Grenze zu nähren. So der Präsidienst des russischen Verteidigungsministeriums. Der Vorfall ereignete sich über der Barentsee. Mark Thiessen, der ehemalige Redenschreiber von Präsident George W. Bush, schreibt in einem Beitrag für die Washington Post, Ohne US-amerikanische Unterstützung werden die ukrainischen Streitkräfte das russische Militär nicht davon abhalten, sich auf Kiew zuzubewegen. Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, moniert in Brüssel, reden sie, als ob sie ihren eigenen Krieg gegen Russland führen. Das nehme ich auch so wahr. Der Chef der Volksrepublik Donetsk, Denis Pusilin, meint Russlands Vormarsch, hindert die Ukraine am Errichten von Verteidigungslinien. Das russische Verteidigungsministerium gibt bekannt, 200 ukrainische Soldaten wurden eliminiert und eine weitere Siedlung an der Front Donetsk befreit. 22 Vampire-Raketen wurden über dem Gebiet Belgorod abgeschossen und vier Menschen bei einem Raketenangriff der ukrainischen Streitkräfte verletzt. Der Kommandeur des Kommandos für Ausbildung der Bodentruppen der ukrainischen Streitkräfte tritt zurück. Hundreds of thank you are not hundreds of thank you. Zu Wort meldet sich Maria Sakharová. Was ist das? Sakharová. Sie kontert auf Telekilogramm gegen die Aussage der deutschen Innenministerin Nancy Faeser. Diese hatte erklärt, der islamische Staat sei nach dem derzeitigen Erkenntnisstand für den blutigen Angriff auf die Konzertheile Kroko City Hall in Krasnogorsk verantwortlich. Dazu Sakharová. Eine tiefe Analyse, ein starker Gedanke, ein mächtiger Intellekt. Innerhalb von anderthalb Jahren brachte Deutschland keine offizielle Version in Bezug auf die Beschädigung seines eigenen Vermögens hervor. Sie meint Nord Stream 2. Ihm fiel nicht einmal der islamische Staat ein. Schwert Nord Stream 2 auf. Auch die USA verwies auf den islamischen Staat. Daraufhin Sakharová. Die Diplomatin kritisierte die USA dafür, dass ihre Ermittlungsbehörden es seit mehr als 60 Jahren nicht geschafft hätten, den Mord an Präsident John F. Kennedy plausibel aufzuerklären. Zitat. Oder war es vielleicht auch der islamische Staat? Zusammengefasst, Zitat Sakharová. Dies alles zeugt davon, dass die politischen Eliten der USA in den vergangenen Jahrzehnten genug Erfahrungen mit dem Thema gesammelt haben, wie man gekonnt die Aufmerksamkeit von Medien stark verbrechen und Inszenierungen ablenkt. Montag, The Week, der satirische Wochenrückblick mit Pierre Dyson Tommery, gleich hier in der kleinen Audiodatei. Zuvor international Frankreich ruft seine höchste Terroralarmstufe aus. Israel erlaubt es nach Darstellung des Chefs des UNO-Palästinenser-Hilfswerks nicht mehr, dass die Organisation humanitäre Konvois in den von einer besonders schlimmen Notlage betroffenen Norden des Gazastreifens schickt. Die US-Regierung schließt Konsequenzen im Fall einer israelischen Militäroffensive in der Stadt Rafaten nicht aus. Israels Armee hat einen neuen Militäreinsatz in Jan Yunis begonnen. UN-Generalsekretär Guterres wirbt in Ägypten weiter für eine Feuerpause. Nach der Wahl im Senegal zeichnet sich ein Sieg des Oppositionskandidaten ab. Die Slowakei steht vor einer Stichwahl. Präsidentschaftsanwärter Korczok hat die erste Wahlrunde gewonnen. Abgebrochen die Gespräche über ein neues Kabinett in Bulgarien. Gut einem Monat vor der angekündigten Präsidentschaftswahl im Tschad ist den wichtigsten Widersachern der regierenden Militärjunta. Die Kandidatur verwehrt wurden, berichtet der ORF. In Russland gibt es Initiativen für die Wiedereinführung der Todesstrafe. Spanien sperrt Telekilogramm vorübergehend. In Nigeria wurden mehr als 250 entführte Schulkinder befreit, berichtet der Spiegel. Und auf dem Weg zur Normalisierung die Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien. Ende Januar, so die Moskauer Deutsche Zeitung, wurde der Testbetrieb von Russlands neuer Vostok-Station in der Antarktis aufgenommen. Und liebe Ostdeutsche und Ostdeutschen Ton Ton, in Russland gibt es eine TV-Serie namens GDR. Und die DDR wird dargestellt von Kaliningrad. Gleich wird es heiter mit dem Wochenrückblick von Pierre-Diesen-Tammery, The Week, entnommen der Tageszeitung Junge Welt. Zuvor Romantik, die Pandemie. Christian Drost lobt sich selbst. Springerswelt berichtet, wir wären gut durch die Pandemie gekommen. Die Corona-Beobachtungsstudie wird laut dpa nicht fortgeführt. Allmählich berichten größere Medien von den RKI-Protokollen, die Multipolar freigeklagt hat. Stellvertretend nenne ich die Berliner Zeitung. Lothar Wieler, früherer Chef des Robert-Koch-Instituts, gab der Tagesschau zum Jahrestag des Lockdowns ein Interview. Die Berliner Zeitung nimmt Ignoranz und Selbstgerechtigkeit wahr. Sie zitierte Georg Ressle von der ARD, die Medien. So meint dieser, sollten über die Robert-Koch-Institut-Protokolle berichten. Ressle meint selbstkritisch. Lieber Herr Ressle, niemand schätzt Humor von Kollegen so sehr wie ich. Aber die Witze in der kleinen Audiodatei mache ich selbst. Oder eben Pierre Dicentomery, er schrieb Witze für Jugendradio TT64, ist jetzt hier zu hören in der kleinen Audiodatei und zu lesen in der Tageszeit im Junge Welt. Freitag, 15. März, die Bundesregierung hat 2023 ihr Klimaziel erreicht. Unter anderem, weil die Produktion eingebrochen ist. Die Kommunistische Partei Österreichs müsste halt die Nationalratswahl gewinnen, die ökosoziale Planwirtschaft einführen, die Mozart-Kugeln rationieren und anschließend in die BRD einmarschieren. Aber da machen ja die Leute wieder nicht mit wegen der Mozart-Kugeln. Sonnabend, 16. März, die Kultusministerkonferenz hat beschlossen, dass Deutsch-Matte- und Sachkunde an Grundschulen künftig mehr als die Hälfte des Unterrichts ausmachen werden. Die Hälfte von dem Teil des Unterrichts, der ausfällt oder von dem, der sowieso nicht stattfindet. Donnerstag, 21. März, Gesundheitsminister Lauterbach denkt, Cannabis-Legalisierung wird durchgehen. Söder will dagegen stimmen, das Kiffen verträgt der Bayer nicht, aber Saufen kann er, bis der Arzt kommt. Im Osten heute noch kühl, im Westen kommt ein Hoch, es wird mild bis 15 Grad. Die Woche dann freundlich und mild bis 20 Grad im Osten. Zu Ostern wechselhafter, das Fest richtig schön, dann wieder kühler.